Willkommen in der geheimen Welt deines Handys. Hier hat jeder von uns eine Aufgabe. Er macht das falsche Gesicht. Das ist mein Freund Jean, er hat ein kleines Problem. Wow, wie machst du das? Hebst du uns. Wir müssen das Handy verlassen und den Quellcode finden. Keiner verlässt das Handy. Läscht sie. Ich bin sehr gefühlvoll. Vielleicht ist es mein Schicksal, mehr als ein Gesicht zu haben. Emoji, der Film. Jetzt in Ihrer A1-Vidiothek.